Entschuldigung, jetzt kenne ich gerade... Hast du das jetzt doch noch mal ausgedruckt? Na gut, dann... Wofür ist das jetzt? Also ich... Du kannst nicht dich ewig künstlerisch irgendwie auslehren und endlich mal eine Entscheidung treffen. Kann man mir doch nicht die Straßenbahn vorschlafen. Du reißt Leute mit rein. Also ich lese dann erstmal, ja? Boah, echt? Ist das wichtig? Ist das nötig jetzt? Das hat mir schon sehr gut gefallen. Einfach so beim Lesen. Ah ja? Würden Sie das denn dann auch spielen? Also wäre das auch der Partner? Nee, der wird deutlich jünger sein. Und bitte? Ich bin nicht hysterisch, ich leide. Und nicht hysterisch sein. Und Cut! Das ist kein So. Das merkt man sofort. Das klemmt. Die Sprache ist nur Transport. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wäre das okay, wenn die Hanne ein bisschen Make-up runternimmt? Also am Mund einfach. Bereit? Läuft. Und bitte. Gervin? Ja, ich bin bereit. Du müsstest jetzt... Na sie beginnt doch, oder? Nein, wir haben das geändert. Lass uns erstmal machen. Erstmal so ein bisschen Betriebstemperatur kriegen, oder? Und du spielst jetzt hier mit? Ich spiel da mit, ja? Er spielt nicht wirklich mit, er macht nur Anspielpartner fürs Casting. Bist du wahnsinnig geworden? Bist du wahnsinnig geworden? Dass du unseren Haupt-Caster knallst hier! Ich lieb dich so sehr. Warum bist du so gemein zu mir, Karl? Wenn wir jetzt ersthaft sprechen, habe ich das Gefühl, dass ich einiges vom Kamo mitbringen würde. Bist du eigentlich bisexuell? Also spielen sie oder spielen sie nicht? Ich spiel ja! Ich spiel ja! Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja? Soll ich noch was probieren?